ja hallo herzlich willkommen hier beim kleinen video mit sora mk zusammen ich bin's pedi von pedigame tv servus und wir sind hier im skyblock ja ihr seht blau blau überall blau und ja das ist alles was uns geblieben ist ein baum naja nicht ganz wir haben so eine kiste und so eine elfförmige insel mal gucken was haben wir denn hier in der kiste haben wir drin einen laberein und eis jetzt nicht mehr was kann man damit anfangen wir könnten damit runterspringen nein stimmt genau weil wenn wir runterspringen dann sind unsere ressourcen weg und unsere ressourcen sind wichtig jeder erdeblock ist wichtig wenn ich einen eingesammelt krieg kriegst du doch ja ich bin gerade nicht ins loch gekommen ich habe das loch nicht gefunden solche probleme haben wir Leute öfters so da haben wir den eisblock achtung rutschig aber du darfst ihn mal verwandeln it's a kind of magic so wir haben fließend wasser jetzt verdursten wir schon mal nicht und hier haben wir lava und wir zum cobblestone und es wird nacht oh mein gott da hinten schaut mal zur sonne eine insel sieht aus wie sand da müssen wir uns später hin bauen ja als erstes müssen wir jetzt hier den cobblestone abbauen drehe ich um ich gucke mir gerade den sonnenuntergang an ich sehe es ja den cobblestone hier müssen wir abbauen da brauchen wir erstmal das holz genau da brauchen wir das holz das ist also der anfang unsere geschichte zu überleben das wird anstrengend aber wir werden euch auch im laufenden halten mit einem video tagebuch deswegen sage ich jetzt mal bis zum nächsten tag 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 bis zum nächsten tag